Hallo und Willkommen! Ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich noch mal Zeit für Warframe. Und heute gucken wir uns tatsächlich die Sentinels mal ein bisschen genauer an. Der eine oder andere hat ja das mal ein bisschen erfragt, dass ich das vielleicht nochmal tue. Denn dadurch, dass der Carrier im Spiel seinen größten Vorteil sozusagen abgegeben hat an alle anderen Sentinels, bzw. er hat ihn geteilt, möchte ich einfach mal sagen. Denn Vakuum kann ja jetzt endlich von allen Sentinels im Spiel benutzt werden. Und er hat dafür als Ausgleich Ammo-Case bekommen und damit tut er sozusagen die Waffe, die ihr gerade equipt habt, mit Munitionsversorgung, sofern ihr welche aufhebt. Also wie ein Munitionswandel im Endeffekt oder ein Ammo-Mutation. Okay, gucken wir uns am besten mal die ganzen Sentinels mal alle ganz schnell an. Ich persönlich benutze ja tatsächlich die ganze Zeit momentan den Helios. Einfach aus dem Grunde, weil er halt Fotos standardmäßig hießt. Und er braucht ja tatsächlich mittlerweile nicht mehr unbedingt die Codex Scanner, sondern benutzt tatsächlich mittlerweile die... Wie heißt denn die noch mal gleich? Synthesis Scanner. Ja, von Sifil und Simaras. Und sofern ihr dort auch die Mods drin habt, damit ihr hier die Aufladung gar nicht verbraucht, das kann man ja sich bei dem Sifil und Simaras holen, dann tut es auch tatsächlich nicht mehr der Helios. Deswegen ist er ziemlich fett in meinen Augen. Für mich natürlich kommt die Sache ein bisschen spät, weil, naja, ich habe von den meisten Sachen schon Fotos geschossen und der Helios macht keine Fotos mehr von Dingen, die ihr schon im Codex komplett sozusagen erledigt habt. Was ein bisschen blöd ist, wenn man den Cover-Sender ja spürt, weil da wäre es ja gut, wenn man noch weitere genetische Codes auch mit seiner Hilfe vielleicht sammeln könnte. Aber das tut er leider nicht, das müsst ihr leider selber machen. Und an der Stelle tatsächlich mache ich hier einen kleinen Schnitt nämlich hin. Wir machen einen Sprung ins Wiki, denn dort sind manche Sachen besser aufgeführt und vor allem schriftlich besser hinterlegt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, bis gleich. So, dann werden wir hier auch tatsächlich im Wiki aufgeschlagen, wo wir die Option haben, tatsächlich die Sentinels ein bisschen besser miteinander zu vergleichen. Was wir zwar im Spiel auch könnten, aber dann müsste ich zwischen den jeweiligen immer hin und her wechseln und das würde auf lange Sicht gar keinen Sinn machen. Deswegen ist das hier vielleicht ein bisschen besser. Gut, gehen wir aber jetzt erstmal ein bisschen herunter, nämlich hier gibt es ein paar sehr schöne Sachen neben den ganzen Text hier natürlich. Ich verlinke danach natürlich immer die Wiki-Seiten, damit ihr jetzt auch alles selber noch nachlesen könnt. Aber eine Sache, die auf jeden Fall nicht uninteressant ist in dem Zusammenhang, gerade nämlich die Sache mit der Priorität. Ja. Wenn ihr nämlich jetzt hier anfangt, Mods reinzutun, werden die wahrscheinlich von eurem Sentinel vorzugsweise ausgeführt. Mhm. Das heißt, oben links fängt es an, das geht dann natürlich nach rechts rüber, fängt dann in der zweiten Reihe wieder dort an und geht dann wieder rüber, wieder auf die rechte Seite rüber. Und da heißt man, rechts unten ist tatsächlich der mit der niedrigsten Priorität und das heißt, man wird wahrscheinlich, was immer ihr auch da rein tut, wahrscheinlich sehr selten benutzt. Sollte man sich in dem Zusammenhang ruhig mal durch den Kopf gehen lassen, wenn ihr euren Sentinel so vollkleistet mit Mods. Und hier unten drunter können wir natürlich was sehr Schönes sehen, nämlich die Liste, die ich eben schon angesteuert habe, wobei kriege ich überhaupt ganz hier rein. Lass mal kurz ein bisschen hier Feinjustierung hier. So, jetzt habe ich die Liste auch mal ein bisschen hingezogen, richtig? So, und zwar können wir hier natürlich Diverses schon erkennen, vor allem natürlich, was für Polarisierungen jeweils in dem jeweiligen Sentinel drin sind, was nicht unbedingt uninteressant ist, weil dadurch spart man ja womöglich das eine oder andere Format, den man sonst noch reinknallen wollen würde. So, wie ihr vielleicht seht, diese, was ich jetzt 1 beim Minuszeichen hinten nennen wollen würde, diese Polarisierung, das haben nahezu alle. Da müssen wir also nicht drauf eingehen, das können wir auch quasi uns rausdenken. Das sind nämlich die Mods, die der Sentinel quasi bei sich hat, die auf ihn zugeschnitten sind. Also Sachen wie, damit er angreifen darf oder seine Spezialfähigkeiten, die kommen in der Regel da rein. Deswegen können wir die eigentlich ein bisschen uns rausdenken, die anderen Sachen sind dann vielleicht in dem Zusammenhang vielleicht noch ein bisschen interessanter jeweils. Gut. Gut, also wie gesagt, gucken wir uns die Sache mal ein bisschen hier an, was man natürlich ja schon sehen kann. Das Gute ist, hier sind auch die Reichweiten der jeweiligen Waffe, die der Sentinel natürlich mitbringt, mit angegeben. Und das ist gar nicht so uninteressant. Nämlich der Carrier benutzt natürlich ein Schrotgewehr. Über knappe 6 Meter schießt er auf keinen Fall, wenn wir ihn nicht da Mods reinschmeißen, um die Reichweite zu erhöhen. Sollte man vielleicht immer ein bisschen dran denken, wenn man den dabei hat, weil sonst wird er womöglich mit seinem Sweeper nicht unbedingt um sich knallen. Auch der Prime kommt dann nicht wirklich weiter. Als nächstes in der Reihenfolge hat man tatsächlich den Helios, weil er benutzt tatsächlich eine Art von Nahkampfwaffe, nämlich den Destruktor. Aber wie gesagt, auf die jeweiligen Waffen gucken wir uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Aber das von der Reichweite her ist das... Nur 10 Meter ist jetzt nicht wahnsinnig weit. Und dann kommen wir zu denen, die, ich sag mal, Einheitsreichweite haben, nämlich 17,5. Das war immer der Death Cube hat das nämlich. Der Shade hat die 17,5. Und der Wurm. Und natürlich der Prime und so weiter auch. Und die Prisma-Bariante von dem Shade. Und der Jinn und sozusagen die Riga. Die beiden schießen mit am weitesten. Wobei der Jinn halt mit so einer Art Dartpistole um sich knallt. Und der Diriga eben eine Art Scharfschützenblitz, wenn man so sagen möchte. Ja. Deswegen, wenn jetzt jemand Reichweitenvorteil haben will, die Riga oder Jinn wäre dann eine gute Sache. Mittlere Reichweite halt die anderen Kollegen hier. Und wenn man jetzt im Nahkampf fast nur unterwegs ist, dann empfiehlt sich fast der Helios oder eben vor allem der Carrier immer noch. Wenn man jetzt nur nach der Reichweite, wie gesagt, gehen wollen würde. Wie gesagt, wir gucken uns gleich die jeweiligen Waffen auch an. Weil da gibt es doch diverse kleine Gimmicks. Weil manche von den Waffen sehen... Ich sag mal suboptimal aus. Sagen wir einfach mal so. Rein von der Überlebenschance her kann man immer noch sagen, der Carrier Prime ist super mit dabei. Weil er hat nämlich mit die meiste Rüstung im ganzen Spiel. Nämlich, weil er halt Prime ist, 150. Genauso nämlich wie der Wurm Prime. Hat darüber hinaus aber auch noch Basis-Lebenspunkte von 400. Und damit ist er an der Spitze. Das Schöne ist, wir können ja auch hier uns mal die ganzen Max-Werte ansehen. Nämlich so sehen tatsächlich die Werte aus, wenn wir da ein bisschen was gedreht hätten. Indem wir nämlich zum Beispiel Mots reingetan hätten, damit die Lebenspunkte maximieren. Da kommen wir beim Carrier nämlich auf wuppige 1.280 Lebenspunkte. Das ist dann schon eine ziemliche Menge. Und wenn wir hier die Spalt uns ansehen, das ist übrigens hier mit Inbegriffen der Rüstung tatsächlich. Die der Carrier bzw. der Sandal haben kann. Und dann sehen wir schon hier, der ist bei 2.624. Das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer. Und alles andere ist unter ferner liefen, kann man fast sagen. Außer tatsächlich der Prisma Shade. Der kommt noch halbwegs mit dazu. Aber der ganze Rest so von den Lebenspunkten und Überlebenschancen her, nicht so geil. Wenn man natürlich aus den Schildern mit reinrechnen will, müsste man auf hier die Liste gehen. Weil da wird tatsächlich noch der Extra-Schild mit beigerechnet. Wobei er immer noch mit 2.000 hier unten ganz gut rumhaut. Und der Carrier mit fast 3.000. Das ist ja nur so ein Pima-Daumen. Wenn wir jetzt, wie gesagt, die Mods maximiert reinschmeißen. Mit Rüstung auf Maximum. Und Lebenspunkte Maximum. Und so weiter und so fort. Dann kämen wir tatsächlich auf solche Werte hier. Wobei das ist schon, wenn ich mir überlege, das ist schon sehr extrem. Hier fast 3.000 insgesamt. Für einen Carrier? Also für einen Sentinel generell? Das ist schon bewährst. Ah ja, und natürlich. Gerade wenn ich mal um die Reichweite gehe. Natürlich können die Waffen auch noch gemoddet werden, damit sie höhere Reichweite haben. Deswegen der Deriga kommt dann auf insgesamt theoretische 70 Meter Reichweite. Warum sage ich theoretische? Ich habe nur sehr wenige Level im Spiel gesehen, wo man wirklich 70 Meter am Stück durchgängig schießen kann. Und ich habe dann auch nicht mitgekriegt, dass der Deriga da hinten jemand erschießt. Weil es zu weit weg ist, dass ich es mitkriege. Aber ja, generell könnte der also 70 Meter knallen. Natürlich der Jin kommt kurz danach mit immer noch 60 Metern. Und der, ja gut, die Durchschnittstypen kommen halt auf die 30 Meter. Was ja schon mal unbedingt nicht verkehrt ist. 30 Meter ist ganz okay. Und der Carrier kommt leider nur bis 10. Das ist schade. Ich sage jetzt mal, einfach mal schade. Der Helios bleibt immer tatsächlich auch noch bei 10. Weil der keine, der hat zwar eigentlich auch Reichweitenmord. Aber ich glaube nicht, dass die so funktionieren, weil er halt eine, der benutzt halt eine Wurfwaffe. Und ich glaube, wir können keine Wurfwaffe in der Hinsicht die Reichweite davon großartig erhöhen. Nur die Geschwindigkeit, glaube ich, davon. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt langsam mal wirklich mal die ganzen Waffen an. So, und dann werden wir auch tatsächlich hier bei der Übersicht nämlich gelandet, um die jeweiligen Waffen von den Sandals mal miteinander zu vergleichen. Wobei, wobei, ich könnte an der Stelle schon mal ein bisschen vorwegnehmen, dass bei den jeweiligen Einträgen, Wiki-Einträgen der jeweiligen Waffen, noch ein paar Sachen beistehen, die natürlich hier in der Liste nicht berücksichtigt werden können. Und ich versuche das zumindest, sofern ich mich daran erinnern kann, bei den jeweiligen Waffen das auch gleich noch jeweils zu tun. Aber, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht alle Waffen einzeln uns rauskramen. Wir könnten natürlich auch den Link benutzen, den wir als nachgucken gehen. Aber wisst ihr was? Wir wollen ja nicht stundenlang hier im Video bleiben. Deswegen guckt mal erstmal so ein bisschen rüber, was wir überhaupt vor uns sehen. Nämlich, der Burstlaser müsste die Waffe sein vom Shade. Und da sind wir natürlich sieben Schaden, was sich aufteilt natürlich größtenteils im Durchschlagsschaden. Und DPS 12,7. Wobei, DPS-Zahlen habe ich mir sagen lassen, oben drüber steht es nämlich, da sollte ich vielleicht nicht so unbedingt darauf achten, auf die DPS-Zahlen. Wir sollten vielleicht die Zahlen nehmen, die wirklich auch im Spiel nachzulesen, in dem Zusammenhang. Aber immerhin, Trefferschaden sind 100, also beziehungsweise 100 ist schon mal gar nicht verkehrt. Dann schießt er auf jeden Fall nicht so oft daneben. Feuerrate 1,61. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Crit-Chance 2,5. Crit-Multiplier 1,3. Und Status 2%. Ja, nee, das ist alles ziemlich scheiße. Das kann man gar nicht anders formulieren. Ist auch ein Burst-Laser, wie der Name schon sagt Burst, aber natürlich Burst-Modus am Schießen. Naja, viel Schaden macht das Ding nicht. Und Crit oder Status brauchen wir nicht darauf zu gucken. Deswegen, meh, ist nicht unbedingt grandios. Weil wir können ja durchaus diese Waffen in andere Sandals mit reinschmeißen. Es gibt zwar ein paar, ich sag mal, ein paar wenige Vorteile von Sandal und Waffe in der Kombination. Aber theoretisch könnten wir jegliche Form von Sandal-Waffe in einen anderen Sandal mit reinschmeißen. Aber gut, der Burst-Laser ist nicht unbedingt oben auf der Liste mit drauf und Sachen, die ich unbedingt einbauen will. Auch der von der Prisma-Variante von dem, der ist zwar besser, gerade auch im Status ist er deutlich besser. Und sollte deswegen vielleicht nochmal genauer sie angeguckt werden in dem Zusammenhang. Aber 5% Crit ist immer noch nichts Tolles. Aber 10% Status ist nicht unbedingt verkehrt. Da kann man womöglich die andere Sache mit stricken. Bei 10% fängt die Sache langsam an. Es sei natürlich, man will unbedingt nämlich den Destructor auspacken. Und das ist normalerweise die Waffe vom Helios. Und das ist eine Art von Wurf-Waffe. So eine Art Glable für Nahkampf eigentlich. Der benutzt nämlich auch tatsächlich Nahkampf-Mods. Weil der Burst-Laser natürlich hier für Rival-Mods. Und der benutzt Nahkampf-Mods. Und Status-Chance 25% ist wirklich nicht verkehrt. Und jetzt komme ich zu einem Speziellen nämlich schon. Hier steht nämlich bei, dass der Einschlag-Schaden macht. Und das ist nicht unbedingt richtig. Nämlich tatsächlich, wenn man auf der Wiki-Seite nachliest, macht er tatsächlich 50 Schaden Einschlag, 50 Schaden Durchschlag und 50 Schaden Schnitt. Äh, jetzt wird er sagen, Moment, wie, hä? Der Gag ist, der benutzt drei verschiedene Disks hintereinander. Erst Einschlag, dann Schnitt und am Ende, glaube ich, war es Durchschlag. Wenn ich mich nicht gerade völlig vertan habe. Ich meine, mit Einschlag fängt er aber an. Und dann wechselt er sozusagen immer die Disks nacheinander durch. Also er macht immer Einschlag, Schnitt, Durchschlag. Und dann macht er wieder die Reihe von vorne an. Dann macht er immer wieder, dreht er die Dinger so durch. Deswegen, ähm, ja, kann man nicht unbedingt sagen, dass das Ding nur Einschlag-Schaden machen würde. Aber das ist eine Kleinigkeit, die im Wiki dann nur erwähnt worden ist. Immerhin. Weil ich habe mich zwischendurch schon mal gewundert, zumindest damals, wo ich den sehr oft benutzt habe, gerade in Helios, dass er zwischendurch halt Gegner verbluten lassen. Und ich so, hä, wie macht er das denn jetzt? Liegt vielleicht daran, weil er zwischendurch eine Disc benutzt, die Schnittschaden machen kann. Hm? Aber trotzdem gut zu wissen, immerhin 50 Schaden als Nahkampfwaffe. Da kann man natürlich ein bisschen nach oben was ausbauen gehen. Und vor allem kann man damit womöglich ein bisschen was mit Status drehen. Und dadurch, dass es eine Glabe-Waffe ist, natürlich, die ganzen Mods, die für Wurfwaffen normalerweise nur zählen, gelten für ihn natürlich auch. Natürlich mit Ausnahme der Stance-Mods. Der Centill hat keinen Stance. Und dann kommen wir zu dem Death Machine Rival. Und das ist einfach nicht toll. Gesamtschaden 4,9. Und das Beste an Schaden ist natürlich dann Schnitt, immerhin ist es Schnittschaden. Aber dann natürlich Treffer-Chance ist auch ziemlich hoch, weil die Kugeln müssen nicht fliegen, wie bei den meisten anderen Sachen in der Regel. Feuerrad ist ziemlich hoch, kann man auch nichts gegen sagen. Crit-Chance ist für den Arsch. Crit-Multiplier ist wurscht. Und Status ist 1%. Ja, nee. Nee, nee, nicht wirklich. Also auch mit diversen Mod-Einsatz ist die Death Machine Rival nicht unbedingt geil. Da gibt es sogar extra diese Kombination mit Fire Up. Aber ich meine mich zu erinnern, da haben wir, wie gesagt, da sollte man vielleicht entweder den Burst Laser oder sogar die Laser Rival nehmen. Aber ganz gewiss nicht den Death Machine Rival. Warum auch immer dazu ist. Aber das Ding macht nicht viel. Und mit auch vielen Mods macht es nicht viel mehr. Dann kommen wir zu der Laser Rival, die vom Wurm kommt. Und da kann man schon eine Deutlichkeit sehen, auch wieder Durchschlagschaden, immerhin. Insgesamt Schaden 8. Und 6,4 kommt tatsächlich von Durchschlag mit dabei. Was ich schon mal nicht verkehrt finde. Wobei, mal ernst, die Akuren C100 kann nicht stimmen. Ich habe vor kurzem den Wurm noch mal mitgenommen. Und ich habe gedacht, der hätte ein Schrotgewehr dabei. Der streute wie bescheuert überall in der Landschaft. Es kann natürlich auch sein, dass ich einen Mod drin hatte, der die Genauigkeit runtergesetzt hat. Aber mir sah das so aus, als ob ich einfach nur die Wand gesprayt hätte mit den Schüssen. Und da dachte ich mir so wie, Junge, was machst du da? Feuerrate 6,1. Ja, ist ganz okay. Okay, und jetzt geht es natürlich wieder grausam runter mit Crit und den ganz anderen Werten hier, wo man die eigentlich mal gerne hoch haben möchte. Die Primed-Variante glücklicherweise tut das sehr auffangen, weil wir nicht hier 15% Crit haben. Und immerhin 5% Status. Naja, immerhin. Und gerade mit 12 Schaden, so zusammengerechnet, ist das schon unbedingt nicht verkehrt. Hier mit 4,8 auch wieder Durchschlag. Da kann man was stricken gehen. Ich finde, da kann man wirklich was stricken gehen. Stinger. Ja. Tatsächlich finde ich den, ich finde das gar nicht unbedingt verkehrt, weil so eine Art Gift sozusagen Darts das jetzt sind, mit 15 Toxinschaden. Und deswegen haben wir auch natürlich kein Einschlauch oder sonst was dabei. Feuerrate von 3,3. Ja, ist okay. Und hier Crit. Und der Rest ist natürlich wieder völlig für die Füße. Dafür müsste man mal eine andere Variation kriegen. Das hat ein bisschen, gerade Status, ich weiß nicht, da müsste man ein bisschen was drehen dran, finde ich. Da müsste man wirklich ein bisschen was drehen dran. Ich meine, wir können natürlich diverse Mods da reinknallen, damit der Status bekommt ohne Ende. Aber doll ist das nicht. Gerade wenn man schon eine Waffe hat, die Gifte abfeuert mit Waffen. Da müsste man irgendwie hier Status richtig knallen und das hochkriegen irgendwie. Ja, kriegen wir leider nicht. So, ich habe einfach ein bisschen runtergescrollt, damit man auch die restlichen Waffen noch gut erkennen können. Nämlich Sweeper. Tata ist 42. Warum? Schrotgewehr. Deswegen auch die blöde kurze Reitschweite leider. Nur, wir machen im Nahkampf relativ viel Schaden, muss man mal sagen. Mit 42, jetzt vom Central-Standpunkt aus gesehen, natürlich nur. 42 ist da nicht unbedingt verkehrt. Kunzi ist fast nicht gegeben. Wir sträumen, wir sprayen quasi Landschaft um uns da rum, wenn er schießt. Der schießt einmal pro Sekunde. Crit-Chance 5%, ne. Crit-Multiplier, äh. Aber 14% Status. Mhh. Selbst der Prime hat nur 1% in dem Zusammenhang nur mehr. Ich meine, er hat zwar mehr Schaden dafür, aber ich meine trotzdem. Das ist an sich nicht verkehrt. Hier kann man tatsächlich ein bisschen mehr rausdrehen. Gerade diverse Mods natürlich die Status erhöhen. Dann kann der Sweeper, gerade für Leute in Nahkampf gehen, womöglich die Gegner schön mit Defekten vollhauen, wie zum Beispiel Virus. Damit schön die ganzen Gegner konsequent halbe Lebenspunkte haben. Gerade dafür ist der Sweeper, gerade die Waffe zumindest, gar nicht verkehrt. Auch wenn man den Carrier vielleicht selber nicht mehr unbedingt mitnehmen will. Aber der Sweeper ans Waffe ist für Nahkäufer nicht unbedingt verkehrt. Und die letzte Waffe, die ich persönlich relativ geil finde, weil es eine Scharfschützenwaffe ist. Und vor allem macht sie 85 Elektrizitätsschaden oder Blitzschaden, wenn man so will. Und natürlich, weil es eine Scharfschützenwaffe ist, 100% Akku. Und sie gut, Feuerrate ist eine Katastrophe. 0,15 hatten sie damals genervt, weil sie gemerkt haben, dass der Sandel alleine ein Level leergeräumt hat. Ja, aber 0,15, das heißt mal, der schießt alle 7 Sekunden einmal so Pima-Daumen, so ungefähr. Hat dafür aber wuppige 35% Crit, einen 2,5-fachen Multiplayer und 25% Status-Chance. Das ist derb. Ich meine, jetzt im Verhältnis zu den anderen hier ist das absolut derb. Wie gesagt, er schießt aber auch alle Schaltjahre nur einmal. Aber da ansonsten ist die Full-Clock halt vorne die Jira ziemlich fett. Muss man mal sagen. Ist wirklich geil. Die Riga, nicht die Geriga. So, und dann werden wir auf dem Schiff wieder aufgeschlagen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen graue Theorie ein bisschen über uns ergehen lassen. Haben vielleicht ein bisschen gesehen, welche Chassés sozusagen von den reinen Grundwerten schon mal ziemlich gut wegkommen. Und vielleicht die eine oder andere Waffe, die uns vielleicht jetzt schon so ein bisschen angesprungen hat von dem, was da so rumfliegt. Aber, aber, das ist ja alles nur Makulatur am Rande. Nicht, dass das jetzt völlig uninteressant ist, aber das ist auch wichtig gewesen, das zu sehen. Und jetzt gucken wir uns eigentlich die Sache an, die mit am interessantesten ist. Nämlich die jeweiligen Fähigkeiten der Centles. Warum man sie überhaupt im ersten Link überhaupt mitnehmen will. Und am besten, wir gehen hier auch alphabetisch durch die Liste durch, damit wir uns gar nicht lange vertun. Auch wenn jetzt ein paar Klim-Bim-Sachen an meinem Carrier dranhängen, soll es mal egal sein. Fangen wir mit dem Carrier Prime mal gerade an. Ich sollte vielleicht nur kurz darauf hinweisen, dass es natürlich zwei grundverschiedene Arten von Mods gibt, gerade bei den Centles. Nämlich es gibt die Mods, die für den spezifischen Centle gedacht sind, die man auch nicht auf andere übertragen kann. Und natürlich die, die man natürlich überall reinbauen kann. Und gerade natürlich die äußeren Eckpositionen sind meistens belegt von denen, die, außer natürlich mit dem hier gerade, aber sind meistens tatsächlich belegt von denen, die spezifisch für den jeweiligen Centle gedacht eigentlich sind. Einer der Centle-Mods ist übrigens sehr spezifisch. Nämlich der sagt eigentlich, was der Centle tun soll, wenn er im Kampf ist. Zum Beispiel wie der Striker-Mod hier gerade vom Carrier. Der würde nämlich dem Carrier sagen, Junge, greif mal das nächste Ziel an, was du gerade siehst. Es gibt zum Beispiel beim Shade einen anderen Mod, der sozusagen äquivalent zu dem hier ist. Allerdings würde der sagen, greif bitte nicht an. Warum? Ganz einfach. Der Shade würde nur standardmäßig gerne unsichtbar machen, den Warframe. Und wenn er standardmäßig rumknallen würde, über auf jeden Typen, dann, ja, da ist nichts mit Unsichtbarkeit. Weil die Unsichtbarkeit wird auch, sobald man jemanden angreift. Aber ja, das wäre also eine Sache, wie er sich im Kampf halten soll. Sollte dieser Mod fehlen, wird tatsächlich der Sandle nichts tun. Auch wenn er eine Waffe dabei hat. Er wird dann sagen, ich habe zwar eine Waffe dabei, aber ich kann sie nicht benutzen, weil ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Weil dieser sozusagen Befehls-Mod sozusagen davon fehlt. So, das wäre übrigens jetzt das eigentliche Special momentan vom Carrier. Konzentrieren uns mal lieber vielleicht darauf. Wie gesagt, er tut momentan Munition umwandeln. Und das wäre es dann auch gewesen. Am besten, ich gehe auf die Mods, die überall reinkommen, spezifisch gleich mal ein. Wir gucken jetzt jetzt wirklich nur die Mods, die spezifisch für den Kollegen hier sind. Und wenn ich mich nicht völlig vertan habe und hier nochmal gerade die Liste drauf gucke, wäre es das für ihn eigentlich schon gewesen. Weil Vakuum ist ja jetzt tatsächlich für alle. Dann gucken wir mal den Death Cube an. Den habe ich zwar schon ein paar Mal auf Maximum, ne, war das ein paar Mal. Ich habe den schon mal auf maximal Level gekriegt, aber ich habe ihn nochmal extra mir besorgt, weil ich ihn eigentlich nochmal probieren wollte und gucken wollte, ob man nicht vielleicht doch den toll gemoddet kriegt. Die Antwort war natürlich, nein, kriegt man nicht. Aber trotzdem gucken wir uns den nochmal an. So, und als erstes hätten wir natürlich hier Vaporize. Das heißt, seine Sonderspezialattacke. Vielleicht sollte man erstmal auf das andere Ding eingehen, weil hier ist eine Swift Death und das sagt einfach nur, greif den Typen an, den du gerade sichtbar siehst. Den nächsten am besten vielleicht. Genauso, was der Carry hatte. Aber wie gesagt, hier kommen wir jetzt aber zu dem Vaporize. Und das ist eigentlich die Spezialattacke von dem Kollegen. Und das ist eine Attacke, die er nur dann ausführt, wenn man wirklich dicht, also fast eigentlich im Nahkampf steht, und dann macht er so eine Art hochkonzentrierten Beam auf sein Ziel. Und ich habe gerade nochmal im Wiki nachgeschaut, weil ich die Zahlen absolut nicht mehr im Kopf hatte. Der macht tatsächlich dann, wenn er mal loslegt, das Ziel muss ja von 4 Metern zu ihm sein, würde 900 Schaden fressen, das wäre Radioaktivschaden übrigens, und das Ziel wäre kurz betäubt dafür. Okay. Und dann hat das Ding leider 30 Sekunden Cooldown. Deswegen ist es nicht so grandios. Für Leute, die neu im Spiel anfangen, ist der Deathcube zwar nicht unbedingt scheiße, aber ich würde ihn trotzdem nicht unbedingt jemanden empfehlen. Nicht zumindest wegen Vaporize, weil das wäre tatsächlich von dem hier das Special. Und das kommt da, meines Erachtens, viel zu selten. Wenn wir von 9000 Schaden reden würden, wäre es zwar nicht super viel besser, aber da könnte ich wenigstens verstehen, dass er 30 Sekunden Cooldown hat. Kommen wir mal zum nächsten hier, nämlich zum Diriger. Ja. Dem, wie ich ihn nennen würde, Todesballon der Grineer. Ja, ja. Er hat mir nämlich hier zum Beispiel den ersten Offensivskill von ihm, nämlich Calculated Shot. Und damit feuert tatsächlich Diriger einen Gegner an, der bis zu 70 Meter von ihm weg sein kann. Das tut ihr übrigens unabhängig, welche Waffe ihr gerade dabei habt. Das ist, also jetzt der, ne, der Sandal halt dabei hat. Und das bedeutet auch, wenn ihr einen Burst-Lizer gerade benutzt oder den Sweeper, der ja nur kurze Reichweite eigentlich hat, er benutzt trotzdem den auf den Gegner, der so weit weg steht. Das heißt, bei den Worten, entweder trifft man überhaupt nicht, weil das Ding derart gestreut hat, gerade der Schuss, dass da hinten wirklich nichts ankommt. Oder da kommt wirklich nur vielleicht ein warmer Windstoß an vielleicht. Also im Sinne von, dass es gar nicht funktioniert. Das ist vielleicht der große Nachteil. Deswegen sollte man nicht unbedingt bei ihm hier einen Sweeper mit reinpacken. Es ist zwar lustig, auf 70 Meter mit dem Schrotgewehr zu schießen, aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass in dem wirklich nichts ankommt. Dann hätten wir hinten einen Arc-Coil. Ja, tatsächlich, mehrere Gegner werden von so einem kleinen Blitz getroffen, das halbwegs ein bisschen Schaden macht. Nicht unbedingt falsch und nicht unbedingt schlecht, aber meh. Und tatsächlich eine dritte Fähigkeit sogar in dem Zusammenhang. Ein Ziel, nämlich Elektropuls, und damit wird ein Ziel richtig schön eingesappt und es wird kurz mal betäubt. Ja, das sind alles drei Fähigkeiten, nur für ihn. Muss man meines Erachtens auch nicht unbedingt alle reintun. Ganz ehrlich gesagt, der Carrolet-Shot ist natürlich super, gerade wenn er seine Knarre, die er gerne mit sich rumschleppt, natürlich die Sniper-Geschichte mit sich bei hat, dann ist das super toll. Gerade 70 Meter und dann halt hochfokussiert mal gerade den Kopf wegknallen oder so. Mmh, nice. Der Elektropuls, den habe ich glaube ich erst zweimal gesehen. Der Elektropuls ist zwar hier nicht auf einer hohen Priorität, aber trotzdem, ich hätte gerne, dass er trotzdem mal ein bisschen öfter zu sehen ist. Mal ganz im Ernst. Kommen wir dann mal zum Gin, der ja auch gerade hier dieses etwas spezielle Skin-Geschichte hier anhat. Das wird die hier immer noch total cool finden, rein von der Optik her. Nicht so biologisch, so am Rumwuseln, sondern mehr so, nope, wir sind gebaut. Ausgezeichnet. Und dann merkt man direkt, dass die etwas neueren Sentinels nämlich diverse Fähigkeiten gekriegt haben und die etwas älteren haben mehr oder weniger Copy-Paste-Fähigkeiten. Nämlich hier Thumper. Und was macht das? Greifen Gegner an, in der am besten sichtbaren Gegner in der Nähe von dir. Kennt man eben woher. Hat man bei den anderen auch schon alle gesehen, bei den etwas älteren. Aber hat natürlich eine schöne Fähigkeit, nämlich Fatal Attraction. Gegner werden sozusagen hypnotisiert und wollen auf den Zulaufen. Die kämpfen übrigens tatsächlich nicht unbedingt weiter. Die laufen einfach nur wie hypnotisiert wirklich auf den Gin zu. Was nicht unbedingt verkehrt sein muss. Aber mehr Fähigkeiten hat er auch in dem Zusammenhang leider gar nicht. Das ist wirklich alles, was er kann. Einfach nur Leute ranholen und sagen, komm zu mir. Ignorier die Kopfschüsse. Und natürlich hier noch der Helios. Warum auch nicht? Genau. Nämlich hier. Targeting Receptor. Ja. Das erste Ziel, was er sieht, wird beschossen. Irgendwer habe ich das schon mal gehört. Auch wenn es jetzt ein bisschen anders formuliert hier worden ist. Aber trotzdem ist es der gleiche Text wie bei den meisten anderen auch. Dann hätten wir einen Investigator. Damit benutzt er tatsächlich die Codex-Scanner als auch die Synthese-Scanner. Mhm. Nice. Sollte man trotzdem also immer mal dabei haben. Wenn er jetzt nur fotografieren solle, müsste ich das auch womöglich hier oben hin tun. Wegen der Priorität. Aber das habe ich jetzt mal nicht getan. Ich möchte eigentlich in erster Linie, dass er mir zeigt, wo die Schwachstellen sind. Aber allerdings ist dieser Mod eigentlich, ist zwar auch nur spezifisch für ihn, aber den musste man sich tatsächlich von Siflan Simaras besorgen. Aber ja. Das wäre tatsächlich ein Mod speziell für ihn. Falls sozusagen genug Fotos geschossen worden sind, zeigt er an der Stelle von Fotos, die geschossen werden, sozusagen Schwachpunkt am Gegner an. Und dann kann man die gut wegknallen. Eigentlich ziemlich fett, weil der Schaden auf den Schwachpunkten ist doch deutlich höher als sonst irgendwie den Schaden, den man machen könnte. Es sei denn, Kopfschuss, glaube ich, kritischer Kopfschuss ist natürlich immer noch, was alles trumpft. Aber trotzdem Schwachstellen beschießen können auf Gegnern ist nicht verkehrt. Und dann hätten wir hier den Prisma Shade, den ich ein bisschen eingefärbt habe gerade. Aber ja, es ist der Prisma Shade. Und dort habe ich, genau, jetzt sehen wir nämlich den Mod hier, nämlich Revenge. Und zwar würde der nur dann angreifen, wenn der Meister sozusagen, also ihr als Warframe beschossen werdet, erst dann fängt er an zurückzuschießen. Davor tut er dieses nicht. Das ist eine wichtige Sache, weil normalerweise wird er euch dadurch beschützen, indem er euch einfach schlicht angreifend unsichtbar macht, wenn ihr irgendwo gerade sinnlos rumsteht. Da sagt er, hey, hinter dir ist ein Typ, kein Problem, ich mache dich unsichtbar. Und falls er einer auf euch schießen sollte, dann wird er einfach sagen, ich schieße zurück. Aber halt nicht vorher. Nicht vorher. Und nämlich dann würde er womöglich lieber das hier machen, nämlich euch cloaken, euch einfach mal unsichtbar machen und für ein paar Sekunden könnt ihr dann, egal mit was für einem Warframe, rumtigern unsichtbar. Natürlich wird der Ghost auch selbst dabei unsichtbar. Und natürlich, sobald wir angreifen als Warframe, ist die ganze Geschichte mit Unsichtbarkeit auch wieder durch. Und kommen wir noch zum Wurm, auch wenn es jetzt der Wurm Prime gerade ist, aber das soll in dem Zusammenhang überhaupt nicht interessant sein. Hier hat man nämlich wieder die Fähigkeit, die hier heißt es Warrior und damit greift er den nächsten Typen, der sichtbar ist an. Okay, kennen wir, kennen wir. Danke, danke. Und dann habe ich, glaube ich, nur noch das hier. Das ist seine Spezialfähigkeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das hier getan habe. Liegt es wirklich daran? Packen wir es mal nachher vorne endlich. Vielleicht muss ich da noch mal ein paar Mal rumlaufen, falls ich da mal irgendeine Neuigkeit sehe, welche auch da vielleicht mal ein Video zu stricken. Nämlich der würde einfach so eine Art Schockwelle aussenden und alle Typen um euch herum betäuben. Was sich total geil anhört. Aber ich habe es einfach noch nie gesehen. Weil meistens sterben die Gegner um mich herum. Gerade wenn ich Nahkampftypen spiele. Wahrscheinlich ist das hier eher sinnig für Leute, die im Nahkampf eben nicht unbedingt sein wollen. Vielleicht macht es da mehr Sinn. Vielleicht ist das dieses typische, wie der Ghost es machen würde. Der würde euch, der es dann damit beglücken mit der Fähigkeit, wenn ihr vielleicht überrascht werdet von Typen, die hinter euch herkommen. Und dann würde er sagen, haha, ihr werdet alle betäubt. Vielleicht ist es das. Ne, wisst ihr, und damit hätten wir eigentlich auch alle Sandals eigentlich durch. Jetzt haben wir alles mal gesehen. Und jetzt bleibt nur noch eins. Wir gucken uns mal ganz kurz noch diese ganzen Mods an, die wir natürlich generell in alle Sandals reinpacken können. Weil auch das ist eine wichtige Sache, die man immer wissen sollte in dem Zusammenhang, was eigentlich so geht. So, gehe ich mal gerade zu den Mods rüber. Und zwar müsst ihr jetzt mal ein bisschen gucken, wenn der Waffe, also ich kann natürlich mal ganz kurz hier mal mein Senf dabei geben. Der wichtigste Mod, glaube ich, den ihr hier kriegen könnt, der überall rein darf, ist der Bonus-Lebenspunkte-Mod. Kann man mehr oder weniger fast überall großartig empfehlen, mit Ausnahme vielleicht vom Worm, weil ich meine mich sehr zueinander, dass der mehr Schild hat als Lebenspunkte. Aber generell ist das nicht verkehrt. Mehr Lebenspunkte haben, dann lebt das Ding länger. Gut. Dann natürlich so Sachen wie, wenn euer Sentinel eh die ganze Zeit abkrebst am laufenden Band, sozusagen, und ihr vielleicht auch noch öfter abkreben solltet, dann ist vielleicht Spare-Parts nicht unbedingt verkehrt. Nämlich dann kriegt ihr rehere, also seltene Ressourcen, sozusagen, falls der hier abkrebst. Warum auch immer, der die auch plötzlich hat, aber wenn der stirbt, dann lässt der zwischendurch auch mal seltene Ressourcen fallen. Natürlich ist es auch so, dass er jetzt schneller Schild wieder kriegen soll. Okay. Das ist ein Mod, das ist einer der wenigen Mods im ganzen Spiel, die überhaupt keine Stufen haben, den ich persönlich aber selber gerne mitgenommen habe. Wir haben nämlich sozusagen eine Frost-Aura um euch herum und alle Gegner, die dort hineinlaufen, werden erstmal ziemlich verlangsamt, was total toll ist für Typen, die überhaupt nicht in Nahkampf wollen, weil die sehen nämlich einen Typen hinter sich auf einmal leuchten, der plötzlich total langsam ist und dann sagt man, oh, da laufe ich doch mal ganz schnell aus diesem Nahkampf-Attacke gerade raus. Dafür ist das total toll. Animal Instinct-Zusammenhang ist auch sehr, sehr fett, weil dann braucht ihr nämlich auch in Warframe das nicht reinzutun, extra irgendwelche Mods, nämlich damit habt ihr sozusagen Loot-Radar, damit ihr seht die sozusagen nicht Gegner, Gegner auch, weil das Enemy-Radar ist auch mit dabei gleichzeitig, also ihr könnt weiter entfernt Gegner auf eurem Radar auch sehen und ihr seht vor allem Loot auf dem Radar, auf der Minimap oben, was wirklich nicht verkehrt ist. Gerade wenn ihr unterwegs seid und wer irgendwelche Artefakte vielleicht sammelt, auch das hilft dabei ungemein. Fired Up habe ich schon gemeint, ja, ihr macht einfach mehr Schaden, wenn ihr am besten, meistens sind es schnell Feuerwaffen. Hier wird zwar auch der Death Cube hier auch angegeben, aber generell Waffen, die sehr schnell feuern eben von dem Sentinel, wenn ihr da so diesen Mod mit reintackert, dann macht der einfach mal nach ein paar Schuss einen deutlichen Satz mehr Schaden. Ist vielleicht, wenn man jetzt ein Damage-Build baut, freue ich. Wenn man sowas mal vorhat, dann ist der Mod vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht super. Wichtigste Mod in meinen Augen ist, den man natürlich immer noch auf Sedna abstauben gehen kann, wenn man das Atom-Event dort durchsteht, kann man zwischendurch eben diese Mad Rays mitkriegen und dadurch kriegt ihr prozentuelle Lebenspunktheilung zwischendurch von eurem Sentinel und das ist total geil. Stellt euch vor Inaros mit diversen tausend Lebenspunkte, da kriegt ihr diverse hundert Lebenspunkte womöglich zwischendurch von ihm einfach mal wieder. Das ist übrigens, wenn ich in diversen Videos rumspringe, dieser grüne Strahl, der zwischendurch auf mich drauf geht. Den Mod hier zum Beispiel ist das Sanctuary, kann man mit reinschmeißen. Wenn ihr Leute wiederbelebt, habt ihr ein Schutzschirm um euch herum. Boah, auf niedrigen Stufen macht das Sinn, auf höheren werdet ihr feststellen, dass ich schneller weg als mal gucken kann, aber wenn man nicht viel aushält, es ist ein bisschen mehr Schild, den man sonst vielleicht nicht hätte. Meh, wenn man sonst schon nichts weiß, vielleicht hat das nicht verkehrt. Und das ist ein Mod, den ich tatsächlich fast nie eingebaut habe, weil das ist, wie der Name sagt, Self-Destruct. Ich glaube, kurz bevor er drauf geht oder so, geht der Sendung los und jagt sich selber in die Luft ohne eine größere Explosion. Möchte ich überhaupt nicht. Der soll gefälligst ganz bleiben und auch wenn er wenig Lebenspunkte hat, soll er nicht auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich glaube, jetzt jage ich mich in die Luft. Nein, lass es. Du bist intakt viel wichtiger als kaputt. Aber ich glaube, das wären so die wichtigsten Mods eigentlich schon gewesen. Mehr haben wir überhaupt nicht. Das war es wirklich jetzt. Ja, ausgezeichnet. Alles nach allem. Es gibt halt sehr viele Mods, die spezifisch sind für die jeweiligen Sentinels, aber es gibt nicht zu viele andere Mods, die man eigentlich unbedingt mit reinbauen wollen würde. Sag ich jetzt einfach mal. Also Animal Instinct ist natürlich super, weil ihr das in jeden Campanion, also auch in die Covers, als auch in die Kubrus reinschmeißen könnt. Ist toll. Warum auch immer, dürfen die Sentinels einen animalen Instinkt benutzen, aber ist es mal egal. Ist trotzdem toll. Und der Matray. Das sind eigentlich die Sachen, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Alles andere bleibt euch eigentlich vollkommen selbst überlassen. Dann könnt ihr stricken, wie euch das Gemüt euch es gewährt. Natürlich. Mehr Lebenspunkte haben. Mehr Lebenspunkte haben ist toll. Sag mal so. So, jetzt haben wir alle Sentinels uns hier mal angesehen. Jetzt kommt natürlich die große Preisfrage. Gut, jetzt hast du uns mit Daten vollgeworfen. Mit was wer kann und wie toll es in der Regel aussieht. Werden jetzt welche schlau waren? Haben vielleicht sich schon eine Strichliste in der Nähe gemacht und sagt dann, das gefällt mir an dem. Die Waffe gefällt mir super. Baue ich die Sachen einfach zusammen mit den ganzen Mods. Bam. Das wäre schon mal nicht verkehrt, ganz ehrlich. Aber wenn ich jetzt rumlaufen wollen würde und sagen müsste, welcher jetzt denn nationell ist. Und das Gute ist, ich kann die Informationen aus der Zukunft benutzen. Jetzt werde ich sagen, wieso aus der Zukunft? Ganz einfach. Das Video habe ich normalerweise aufgenommen und wollte es direkt danach ändern. Es war aber zu spät an dem Tag. Deswegen konnte ich tatsächlich mit einem guten Wurm nochmal losziehen und mit dem Mod tatsächlich an einer anderen Position, an einer Prioritätenstelle sozusagen. Und was soll ich sagen, es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ja. Es hat uns wirklich daran die ganze Zeit nur gelegen, dass ich das Ding auf die beschissenste Position gepackt habe. Wieder was gelernt. Aber dadurch rutscht der auch von dem völliger Crap hin zu dem Oh, den kann man doch durchaus zwischendurch benutzten Kollegen hin. Gut. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, worauf die Leute gewartet haben nicht unbedingt. Aber jetzt kommt meine persönliche Einschätzung, wie man jetzt vielleicht das hier alles ein bisschen betrachten kann. Als schlechtes, da kann man einfach korrekt schon mal die goldene, den goldenen Kackspaten verteilen an den Death Cube, weil der Special von ihm ist nicht toll. Weil 900 Schaden alle 30 Sekunden, nee, sorry, das ist ein Witz. Das ist absolut ein Witz. Wenn das wenigstens auf allen Reichweite wäre und die würden dann alle geklatscht mit 9000 oder whatever irgendeiner Zahl, aber 900, nee, dann auch die Betäubung davon, das reicht nicht. Das reicht aber nicht. Deswegen gucken wir uns mal ganz schnell die anderen an. Also persönlich bin ich ein Fan vom Helios. Einfach weil er Fotos schießt und das tut mir halt sozusagen die Freiheit geben, mitten im Kampf was anderes zu tun, außer Fotos zu schießen. Deswegen ist das für mich nicht schlecht. Der Shade ist eigentlich schon dann relevant, sobald man unsichtbar werden will und es aber auf anderem Wege nicht kann. Fertig. Weil das ist das für sein Special eigentlich nur. Der Worm ist eigentlich nur dann interessant, wenn man Nahkämpfe um sich herum hat, die eigentlich auf den Sack gerade gehen, weil er schallt die mal kurz aus zwischendurch und das bringt einem eigentlich genug Zeit, dass man vielleicht entweder weglaufen kann oder die einfach alle abmurksen kann. Deswegen ist das wirklich nicht verkehrt. Aber nur gegen Nahkämpfer. Die Riga ist eigentlich schon dann cool, sobald man mittlere Level hat und die Gegner gerne im Fernkampf bleiben wollen, weil der knallt die aus Deckung, wenn es sein muss, zwischendurch raus. Deswegen finde ich ihn immer noch sehr cool. Auch wenn die Optik vielleicht jetzt nicht als gelbe vom Ei ist gerade. Hier der Todesballon hier, der am Abkrebsen ist. Aber was ist aber so, ich würde die Gierer, wie gesagt, jederzeit im Desküb vorziehen. Da, und vor allem die anderen, anderen Mods, da kann man, wenn es unbedingt sein muss, den Outdoor für bestimmte andere Situationen eher konfigurieren. Aber ist jetzt auch nicht super toll, persönlich. Sonst, ich meine, neben der Scharfschützenknarre ist er so, mäh. Der Djinn holt Leute aus der Deckung. Bam, das war's. Beziehungsweise von dem Fernkampf in den Nahkampf, wenn es sein muss. Und das ist auch nicht so ultra krass. Auch wenn jetzt der Skin total geil aussieht. Aber wahrscheinlich, ich muss ihn einfach ein bisschen vielleicht mal testen. Vielleicht muss ich auch die Waffe gerade von ihm ein bisschen mal umstricken oder eine andere Waffe ihm einfach mal geben und dann müssen wir da mal schauen. Aber er ist so auf dem Platz wie, mäh, wissen wir die Gera eigentlich? Weil das ist ein Mr., oh, ich hole seinen Nahkampf und oh, ich knall den Fernkampf weg. Deswegen so, äh, okay. Und der Carrier Prime ist so ein bisschen auch bei mir an der Schiene geblieben, wo ich dann persönlich sagen muss, der ist nur dann interessant in der Sekunde, wo ich keinen Waffen, keinen Muni-Wandler mehr sozusagen in den Waffen einbauen möchte, dann kann der das übernehmen. Das ist ja seine Spezialfähigkeit jetzt. Das heißt, beim Worten, Hit-E3 sind sehr, sehr spezifisch nur, wenn ich sie mitnehmen wollen würde. Und, ähm, tatsächlich sind Hit-E3, ich sag mal, Helios bei mir noch ein bisschen höher vielleicht. Wenn ich, sobald ich Unsichtbarkeit, warum auch immer gerade Unsichtbarkeit irgendwie mitnehmen haben wollen würde, wäre der Shade okay, aber muss nicht sein. und sobald ich was im Nahkampf hantieren will, wäre ich womöglich mit einem Würmgern unterwegs. Also, wie ihr schon merkt, es ist halt sehr spezifisch, womöglich situationsbedingt und missionsbedingt, was ich mitnehmen wollen würde. Wobei ich so einen ganz kleinen, so einen ganz kleinen Pluspunkt, nur einen ganz ganz kleinen Pluspunkt gerade zum Helios geben wollen würde. Auch wenn es nur die Faulheit ist, Fotos nicht selber schießen zu müssen. Auch wenn es nur das ist. Und vor allem, weil er jetzt die Option hat, endlich den, so einen Thesis-Scanner zu benutzen. Wenn es auch nur das ist, dann diesen kleinen Gummipunkt kriege ich davon mehr. Ansonsten würde ich fast die aller, eigentlich mehr oder weniger alle quer durch die Bank alle gleich einschätzen wollen, außer den Deskub, weil den, nee, kein Deskub, holt euch kein Deskub, es sei denn, er will unbedingt die Maschinengewehrknarre von ihm haben, weil sonst kriegt er die ja nicht. So, also mehr kann ich auch nicht tun an der Stelle. Das waren jetzt die Fakten. Das war auch tatsächlich noch meine Meinung gegen Ende. Und ja, am Ende des Tages müsst ihr die Sache selber entscheiden. Traurig, aber wahr. Aber wenigstens habt ihr jetzt ein paar Ecken, wo ihr nachgucken könnt und vielleicht Sachen vergleichen gehen könnt. Vicky empfehle ich sehr, gerade bei den Sentinel-Waffen beziehungsweise bei den Sentinels, wobei da von den jeweiligen Mods müsste man theoretisch was nachgucken, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, habe ich alles gecovert, was jetzt wirklich relevant war bei dem Zusammenhang. Und ja, jetzt habt ihr wenigstens, könnt ihr eine informierte Entscheidung treffen, was ihr unbedingt spielen wollt, vor allem in welcher Kombination. Wie gesagt, ihr könnt ja größtenteils die Waffen mit den jeweiligen Sentinels mischen, ohne Probleme. Und dann wünsche ich dabei viel Erfolg und sage mir mal, danke für Beistand zuhören. Das war es von mir im K3. Und wie gesagt, wenn ihr eine andere Meinung habt oder ein ganz tolles Bild vor allem habt, ruhig mal unten in die Comments knallen, dann kann ich vor allem da auch vielleicht mich machen. Ja, drüber hermachen, um das nachzubauen vielleicht. Okay, bis zum Tage also und ciao.